Gehen wir langsam weiter. Jetzt kommt die Qualifikation für den GP2-Autos um 15.55 Uhr. Also in 25.00 Uhr. Da kommt die erste Freifahrung zum 15.30 Uhr. Und am Ende des Tages um 17.50 Uhr die Freifahrung von den GP3-Autos. Also das steht vor uns. 2.5 Uhr. Wird die Gäste auf. 1.8 Uhr. 1.2 Uhr. 3.5 Uhr. 3.5 Uhr. 4.5 Uhr. Schöne, 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 Schöne WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott.